Renfo R3 Mini Die R3 ist sehr kraftvoll und tiefenwirkend. Dafür sorgt ein bürstenloser Motor, der dank des durchdachten Designs und des hochwertigen Materialgehäuses nicht überhitzt. Der Akku mit seiner Kapazität von 2500 mAh läuft bis zu 6 Stunden am Stück. Danach lässt sie sich per USB-Kabel unkompliziert aufladen, sodass das Massagegerät nach 2 Stunden wieder einsatzbereit ist. Eine praktische Timerfunktion sorgt dafür, dass sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch ausschaltet. Dazu lässt sich das Gerät in 5 Tempostufen regeln. Benutzer profitieren von einer maximalen Schlagzahl von bis zu 3200 Impulsen pro Minute. Für vielseitige Einsatzmöglichkeiten stehen 5 Massageköpfe für die Minigun zur Auswahl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017